Musik 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 Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Sie sollen mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee klart machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Early the next morning. Die Logik der Frau hat. Na frech dich, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wir müssen schon an einem Eisenbump-Barker bei der Ola. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Bezogen, sie nicht! Oh, oh, oh! Aber überzeugen. Was macht sie denn so sicher, dass sie alliiert mit ihnen verhandeln wollen? Es sind doch alle tolle Phrasen! Wir müssen jetzt alle! M-M-M-M! M-M! M-M! Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn hin. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein. 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 Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Nur der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken. Oh mein Gott! 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 Huuuuii! Haha, die Logik ist ja Frau. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rutsichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Überzeugen. Sie haben nichts Unrechtes getan, weil Sie mit Ihren medizinischen kommenden Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Was soll das heißen? Sie können die Weltgeleidung nicht finden. Bezuchen Sie dich! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Bezuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 So toll! So toll! Das ist so toll! Ab Puenas noch etwas Gef barely- Outro